Warum kann man nicht einfach akzeptieren, dass Max noch zu meinem Leben dazugehört? Zum Leben unserer Familie. Als Vater von Paula und... Und? Als Freund. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ach, Ben, was machst du denn hier? Ich wohne hier. Schon vergessen? Nein, ich habe mich einfach erschrocken Warst du mit Max und Richard noch ein Trinken? Ben, bitte Mit der Familie auf die guten alten Zeiten anstoßen, na? Nein Warum nicht? Du nutzt doch sonst jede Gelegenheit, um mit Max zusammen zu sein Auf mich brauchst du keine Rücksicht mehr nehmen Ich fange gerade an, mich daran zu gewöhnen Ben Hat ja auch was für sich, wenn man weiß, wo du steckst Ich kann nicht mehr, Ben Es war ein anstrengender Tag Das kann ich mir vorstellen Fang doch nicht schon wieder diese Diskussion an Wozu auch? Machst du ja eh, was du willst Gute Nacht Ich kann mich nicht mehr Filme Dein